Brigitte Bardot wird 90 Ikone zwischen Glamour und Tierschutz. Am 28. September 2024 feierte die französische Schauspielerin und Sängerin Brigitte Bardot ihren 90s Geburtstag. Die Einstiege Sex-Ikone und Muse der 1960er Jahre bleibt auch Jahrzehnte nach ihrem Ruhm eine bedeutende Persönlichkeit, deren Einfluss in der Filmgeschichte und im Tierschutz noch immer spürbar ist. Doch Bardots Leben war nicht nur von Schauspielerei geprägt. In den späteren Jahrzehnten wandte sie sich verstärkt dem Tierschutz zu. Sie gründete die Brigitte Bardot Stiftung für Tierschutz, die sich aktiv gegen Tierquälerei und für den Schutz gefährdeter Tiere einsetzt. Laut Berichten engagiert sie sich bereits seit den 1970er Jahren für verschiedene Tierschutzprojekte und hat Gesetze zum Schutz von Tieren in Frankreich maßgeblich beeinflusst. Ihre Leidenschaft und ihr unermüdlicher Einsatz haben ihr den Respekt vieler Tierschützer eingebracht. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Sie sei der Überzeugung, dass Tiere ein Recht auf Leben hätten und setze sich vehement gegen die Misshandlung von Tieren ein. Trotz ihrer Errungenschaften im Tierschutz blieb Bardot auch nicht vor Kontroversen gefeit. In den letzten Jahren geriet sie aufgrund ihrer teils diskriminierenden Äußerungen immer wieder in die Schlagzeilen. Diese Äußerungen führten zu einer gespaltenen öffentlichen Meinung über ihre Person. Während viele sie als Heldin des Tierschutzes und Symbol des freien Geistes feiern, empfinden andere ihren politischen Aktivismus als problematisch. Diese Widersprüchlichkeit unterstreicht, wie komplex und vielschichtig Bardots Persönlichkeit und ihre öffentliche Wahrnehmung sind. Am heutigen Tag wird nicht nur Brigitte Bardots Leben und ihre Karriere gefeiert, sondern auch ihr unermüdlicher Einsatz für Tiere, der vielen als Inspiration dient. Diese Kombination aus Glamour, Schönheit und einem starken Engagement für den Tierschutz macht Bardot zu einer einzigartigen Figur in der Mode- und Kulturlandschaft. Mit 90 Jahren blickt Bardot auf ein außergewöhnliches Leben zurück, das die Grenzen von Kunst und Aktivismus überschreitet. Ihr Erbe wird sowohl in der Welt der Filmkunst als auch im Tierschutz weiterhin bestehen bleiben. Autor Anita Farke, Sonntag, 29. September, Zweite Sphere und Sponsig.